Man hat uns quasi, wie fucking Harry Potter, einfach unten in die Treppe reingesteckt. Ich bin der Fels in der Brandung. The Dark Dingo Reises, verstehst du das? Das Einzige, was ich hier zustecken kann, ist mein Schwanz. Einmal stehen geblieben hier, bitte. So, einmal stehen bleiben, die Herren. Hey, beruhigen Sie sich, was ist denn? So, was ist denn hier bitte los? Wir wollten uns das mal anschauen hier. So, hallo, kommen Sie da bitte von der Treppe runter. Wir machen eine Führung, eine Dings. Eine Familienausflug. Ich bin's englisch hier in der Opa. Ich bin kein Gangster mehr. Ah, hey Opa. Ich mach jetzt Reisetouren. Reisetouren. Ja, richtig. So, kommen Sie da bitte hinter der Säule weg. Entschuldigen Sie. Ja, Bob, ich seh dich. Also dieses Gebäude wurde 1864 gebaut von Winfried Hort, der Zweite. Du bist der ADAC-Mitarbeiter. Herr Hort, soll ich ihm sagen, was wir hier machen, Herr Hort? Ja, was denn? Es gibt ein Mysterium. Es gibt ein Gerücht, dass es kein BW-Eingang gibt. Wir wollten hier ein Musikvideo drehen. Wir sind eine Rap-Gruppe. Und das auch. Wir wollten hier ein cooles Musikvideo drehen. Herr Hort, soll ich auch sagen? Okay, äh, Looper. So, was ist jetzt los? Wieso arbeitslos? Ja, ich bin gestern rausgegangen aus der Mafia. Bleib mal hier, hier. Wie bist du raus? Ich mag das nicht mit diesem Chef sein. Ich will wieder verrückter Opa sein. Das gefällt mir besser. Verrückter Opa sein? Ja, ich bin wieder da. Stärker als je zuvor, ihr Seile Meng. Hochmotiviert. Okay, aber du weißt, da hast du eigentlich nicht mehr so viele Jahre jetzt. Ja. Ey, sag mal nicht zu dem Opa, Mann. Was soll das? Das ist schon... Der musst du richtig nutzen. Jetzt hast du ihn traurig gemacht, Mann. Ja, das gehört dazu ein bisschen. Können Sie sich nicht bei Ihnen entschuldigen? Was ist denn jetzt mit dem Toast? Was ist der jetzt hier mit eurer Organisation? Der ist auch raus. Wir sind beide raus. Und die anderen? Weiß nicht. Also wir sind raus. Vielleicht machen wir ein Taxiunternehmen auf oder wir gehen zur Regierung. Tatsächlich habe ich einen Vorschlag für euch. Was der Stadt sehr, sehr gut tun würde. Wie ist der denn gerade der Toast? Ja, warten Sie doch mal. Nicht so schnell hier. Also, Bob ist ja jetzt auch hier gerade. Looper, du bist auch da. Fehlt eigentlich nur Toast, um die gesamte Thematik zu besprechen. Wir haben natürlich jetzt in der Stadt einen kleinen Ausnahmezustand. Aber ich hätte die perfekte Berufsposition für euch beide. Und zwar ist es so, dass die Okta-Tabbis kein Abi mehr haben. Ich will kein Okta-Tabi-Abi sein. Doch, doch. Du bist ein Okta-Tabi-Abi jetzt, Jooper. Nein. Doch, doch. Willst du? Ich will keine Gang mehr. Ja, wie? Du willst keine Gang? Also... Da muss ich immer anständig sein und kann kein Chaot sein. Ich bin von Haus aus Chaot. Wieso willst du denn jetzt nicht zu den Okta-Tabbis? Also, die haben wieder im O-Team. Auf jeden Fall. Also, ein Abi. Wen haben die denn? Ja, wir haben den gestern überfahren um 5 Uhr morgens. Das war Sägen. Sägen ist jetzt Abi. Ja, er war ein Versägen-Sägen. Der ist auf die Straße gerannt. Sägen ist jetzt Abi. Einhorn, Sägen. Wie viele Sägen jetzt kennst du? Du weißt, was das heißt, ja. Ja, ich weiß, was das heißt. Wenn Hort vier Sterne General werden kann, dann kann jeder hier alles werden in der Stadt. Das will ich mal meinen. Nein, das ist ja das Gute, Bob. Jeder kann werden, was immer er denkt zu sein, aber da gehört auch ziemlich viel Herausforderung und ziemlich viel Mühe dazu. Darf ich auch ein Igel sein, wenn ich will? Das Abi jetzt irgendwie... Weil sonst wärst du ja schon längst bei der Bundeswehr, Bob. Wenn du ein bisschen... Hey, hör auf. Ich wollte mir... Samstag wollte ich Grundausbildung machen. Ich hab mir Lee Sensenzer geredet. Und Sensenzer ist Samstag einfach nicht da. Korb des Jahrhunderts. Sensenzer, Kampfigl! Ey, darf ich Igel sein, Herr Hort? Ja, Sie dürfen Igel sein. Ja, aber Bob. Ich wollte ernsthaft kommen. Ich hab Bewerbungen geschrieben, alles. Ich hab geschrieben, meine Hobbys sind Briefmarken sammeln, Drachen steigen. Autos grauen und Korbzeln. Hey, warte, nicht deinen Lebenslauf. Aber in welcher... Also was würdest du denn bei der Bundeswehr machen wollen? In welcher Abteilung? Oder sagst du einfach generell Bundeswehr? Also ich wär für gute Laune da. Du wärst für gute Laune da? Ja, ja, bisschen... Keine Ahnung, Fahrradtour mit den Boys. BW-Fahrradtrupp gibt's noch nicht, oder? Nee, noch nicht. Ja, das siehst du. Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Also Hort, Sie arbeiten bald für mich, ne? Weil ich muss so nicht übernehmen, die Regierung. Welche Regierung denn? Gute Frage. Genau. Die brennen dir, die brennen dir. Wir sind... Wir haben... Masterplan. Masterplan haben wir. Also Luper, ich kann dir sagen, wenn du wieder zurück zur BW kommst, da fängst du aber ganz unten an, als Soldat. Nein, 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 nein. Das auf gar... Also wenn, vier Sterne, General, oder gar nicht? Nee, vier Sterne. Sagen Sie mal, Sie wissen, ich bin voll... Ein Top voll endlosen Potenzial. Und der Rest sind alles klumpfüßige Hodenkobolde. Ich bin der Beste hier. Ha, 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 ha. Hey, Herr Hortenbach. Eine Sache doch, ja? Ja. Was ist das eigentlich für ein Stützpunkt, wo ich letztes Mal war? Welcher Stützpunkt? Unter der Brücke da, bei dem Highway Patrol-Ding. Die Teppe ist da oben, bei dem Western-Wesen. Nee. Schauen wir uns jetzt mal aufs Wesentliche. Wo denn da? Was meinen Sie denn? Das ist der Stützpunkt von der Bundeswehr, da waren Sie dort. Ja, aber wo denn? Lüge. Unter der Brücke. Hören Sie nicht auf die, die haben alle keine Ahnung. Ich will Ihnen ganz tolle Leute vorstellen. Ja. Herr Hort, Ali Habub, Ali, Herr Hort. Oh, Ali Habub, kein Problem. Wie geht's Ihnen, Herr Hort? Dann Max, das ist Herr Hort. Max Patters, Herr Hort. Sterne, genau. Genau. Und den anderen kenne ich nicht. Ja, servus. Was mit mir? Ach so, und Warto, ihr kennt euch doch schon. Okay, und die waren alle bei eurer Organisation, oder was? Das ist die Crew. Nee, die habe ich mir so auf schnell zusammengestellt. Ja, wie von gestern auf heute jetzt. Qualität. Ich habe die besten Männer. Das war damals so. Ja, wir haben Würfelpark angesprochen und meinte, dass er Arbeit für mich hat. Aber wart ihr alle zusammen bei Aratsch, oder wie das hieß da? Nee, Aratsch. Drei von denen, Ali Habub und Max. Ah, okay. Und Ali und ich kennen Luper. Wir haben damals im Seniorenheim gearbeitet und haben Luper betreut. Richtig. Ja, wir haben ihn gemacht. Wir wichsen so eine Windel, diese Autos. Genau, genau. Dann bräuchte ich tatsächlich mal eine Namensliste, Luper. Bereite mir die vor. Und die Ausbildung ist natürlich die schwerste, die es überhaupt hier im Staat gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Kein Problem für mich. Also, da muss dann... Wenn Sie sie geschafft haben, kannst du ja nicht so schlafen. Ja, was soll das denn jetzt heißen, Bob? Hä? Was heißt denn hier immer, wenn sie, wenn sie... Ali, mach deine Hand nach oben. Ali, du Hand oben nehmen für General. Das war ein Problem, du musst nix um einen reden. Ja, so ist gut. Wie Sie kriegen eine Namensliste. Soll der da hinten auch noch? Ich kann grad nicht. Max! Salut! Wieso, rett er weg? Er fängt seinen Staubsauger. Und ich denke, er wird auch in der Bundeswehr das ein oder andere Stündchen im Kämmerchen mit dem Staubsauger verbringen, der Ekel. Das kann passieren, aber nicht immer. Das liegt dran. Also machen Sie sich keinen Kopf. Ich bin ein guter Soldat. Ja, und Ali erschreckt immer die Leute mit seiner Anaconda. Ja, die ist zweimal in meinem Bauch gewickelt. Gilt auch als Gürtel. Also Leute, ich merke schon, ihr kriegt dann wahrscheinlich eine Sonderabteilung. Ja, Spezialeinheit. Genau, da sehe ich uns. Special Forces. Können wir Special sein? Da werde ich das jetzt mal hier so notieren. Und Luper, wir hören uns dann, ja? Verraschen Sie mich eigentlich die ganze Zeit? Du meinst das ernst? Was denn? Naja, was Sie da grad sagen, oder? Oder nehmen Sie mich nur, ob Sie nicht mehr zu will, nicht weil ich alt und dumm und senil bin. Also ich sag mal so, ich kann mir schon vorstellen, dass wir einen gewissen Sektor aufmachen, wo gewisse Leute reinkommen. Paranormal Activity. Ich weiß, wo ein Geist ist. Ah, Luper, jetzt kommen wir nicht wieder mit deinen Gruselgeschichten. Es geht doch da drum. Wir brauchen einen Sektor. Wir brauchen, also ich stelle mir das so vor. Wir brauchen ein B-Team. Und dieses B-Team im gewissen Sektor ist einfach ein bisschen auch dafür da, um auf geistiger Ebene einen gewissen Kampf zu führen. Für gewisse Leute. Boah, wir werden die brechen. Genau das ist es. Genau das ist es, was ich meine, Bob. Brechen. Wir werden Gefechte gewinnen, ohne einen Schuss zu fallen. Das ist die Aufgabe, Bob. Valentino Montana. Ja, klar. Valentino Montana, ja. Sohn von Manolo Montana. Valle. Sie, genau, Valle. Ich habe keinen Ausheiß. Ich weiß nicht, wie man das buchstabiert. Ist das ein Tino oder ist das ein Tana? Oder was? Tino. Tino, Valentino. Valle. Also Valle und der Nachname Tino. Nein, Valentino ist Vorname, Nachname Montana. Montana. Ich bin der Sohn von Manolo Montana. Ach, Sie sind der Sohn? Ja, von Manolo Montana. Und Sie heißen Tino? Ja, genau. Valentino heiße ich. Dann schaue ich einmal nach, ob ich unter Tino was finde. I, unter Tino finden Sie nichts, Mann. Ich habe gerade nachgeguckt. Unter Tino finde ich tatsächlich nichts. Valentino. Können Sie mir das bitte? V, A, L. Ich bräuchte tatsächlich Wörter. Also Buchstaben für Wörter. Also ich kann eigentlich nur das NATO-Alphabet, aber es wäre super. Also Valle. V wie Vogel. V wie Vogel. Ja, jetzt haben wir es. A wie Aal. A wie Aal. L wie Liebe. L wie Liebe. I wie Igel. I. I wie Igel. Walli. Ne. E. Tino. Walli. Jetzt habe ich es. Walli. Nein. Scheiße. Walli. Walli. Ich gucke mal, ob ich unter Walli was finde. Moment. Also wir haben hier jetzt... Walli habe ich leider keine Einträge. Also müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ne. V wie Vogel. A wie Aal. Also sind Sie sicher, wie V wie Vogel? Weil eben haben Sie, ja, I wie Igel oder E wie Igel gesagt. Ja, aber Igel ist mit I. Das war aus. Ich war verwirrt, weil du mich die... Schreiben Sie Igel mit E. Nein. Sind Sie sicher? Sind Sie so einer, der Igel mit E schreibt? Nein. Niemals will ich das machen. Igel sind viel zu toll dafür. Gut, weiter. Also V wie Vogel, A wie Aal, L wie Liebe, E wie Eduard. Was? Wie, was? E wie Eduard. Eduard. Ich brauche ein anderes Wort. Das weiß ich nicht, was das ist. Exam. Exam. Gut, Exam habe ich. Walli. N wie Normal. Normal. T wie Tino. T wie Tino. Ja. Ja. I wie Igel. I wie Igel. N wie Nichts. Nichts. O wie Oberst. Also Sie haben eh... Also ich bin jetzt mal ganz kurz verwirrt. Sie haben jetzt eben gerade gesagt, T wie Tino und dann haben Sie Tino buchstabiert noch weiter. Ist das jetzt nur für das T oder geht es danach noch weiter? Das war der ganze Name. Valentino. Valen... Valentin... Aber geht es danach weiter? Ja, da kommt der Nachname. Also haben wir... Also wir haben einen Valentinoino? Nein. Valentino. Gleich kommt Nachname. Okay. M wie Monster. Jawohl, wir haben noch einen. M wie Monster. Der ist auch sehr speziell. Ja, warte. Schreiben Sie mir die Nachricht. Oh, Lupa. Jetzt bist du aufs iPad gekommen. Nee. Wir müssen es doch mal von neu machen. Herr Tino. Ich bin so farsch. Ich heiß nicht Tino, Mann. Ich heiße Valentino. Ja, ist ja gut. Buchstabier einfach mir den Namen. V wie Vogel. A wie Aal. L wie Liebe. Siehst du schnell. Bin alt. Ich bin noch nicht alt. Sie sehen noch jung aus. Alter. Also, was haben Sie jetzt? Was war der letzte Buchstabe? Tino. Was? Tino. Tino, das ist nicht mein Name, Watto. Das ist nicht mein Name. Hier bei mir steht Tino. Das ist falsch. Ja, Lupa ist aufs iPad gekommen. Warte, die Scheiße, Mann. Ich will doch nur gucken, was in der Akte drin ist. Dann müssen wir jetzt noch mal durch. Okay. V wie Vogel. A wie Aal. Ja. L wie Liebe. E. Wie Eduard. E wie Eduard, genau. N wie Nichts. T wie Total. I wie Igel. I wie Igel. N wie Normal. N wie Normal. O wie Oberst. O wie Oberst. So, das ist jetzt Valentino. Das ist jetzt der Vorname. Genau. Jetzt kommt der Nachname. Ja. M wie Major. M wie Major. O wie Oberst. O wie Oberst. N wie Nitroglycerin. N wie Nitroglycerin. A wie Arschbacken. A wie Arschbacken. N. N was ich werde denn noch mit N an. Wie Niemals zur Justiz. Niemals zur Justiz. Und A wie Arschbacken spreizen. Also ich habe hier jetzt gerade Monana. Monana. Scheiße. Verdammt. Haben Sie zufällig den Buchstaben vergessen? Ja. An welcher Stelle haben Sie den Buchstaben vergessen? Montana. Nach dem N. Ein T. T wie. Na, na. Montana. Montana. Ja. Montana. Montana oder Montana. Montana. Oh, jetzt ist das iPad leer. So. Sie wollen mich doch fassen. Der Akku vom iPad. Herbert, jetzt komm her. Lupa, hast du mal eine Powerbank einmal kurz? Ja, sofort. Das ist meine Powerbank. Lupa, ich bräuchte einmal eine Powerbank. Was ist denn das für ein Zutaten General? Das ist sein neuer Chef. Bitte? Ach so. Hallo Chef. Herbert ist da. Mal neu. So, wir brauchen für den Montana bräuchten wir tatsächlich jetzt mal ganz kurz eine Powerbank. Mein iPad ist leer. Ich muss mal in seinen Aktien rechnen. Bitte schön. Oh mein General, wie hättest du Ihnen? Oh, Opa. So, plopp mal hier das Kabel rein, bitte, Lupa, einmal. In die Powerbank. Ja, ich plopp rein. Ja, ich plopp rein. Moment, Moment, die Gicht kickt, die Gicht. Siehst du meinen Ausweis, Opa? Jetzt ist es drin. Siehst du meinen Ausweis, Opa? Nein. Du musst in das Gute reden. Ja, komm her. Ich bin ja an der Plak. Herbert, Kontenance jetzt. Siehst du es jetzt? Ach so. Ja, Kontenance. Du musst abieren, als in Herrn Hort mein Name. Mit Wörtern. Ich gebe ihn mir nochmal. Ich brauche ein Sex. So, iPad lädt. Gib mir deinen Ausweis. Das iPad lädt. Gib mir deinen Ausweis. Hab ich doch, Mann. Nein. Jetzt. So. Jetzt musst du dem Herrn Hort den Namen buchstabieren, aber jeder muss man ein Wort. Okay. Nee, das iPad muss noch laden, sonst geht hier gar nichts. Ich muss doch gar nichts. V wie viele Vögel, Vögeln, viel. Darüber kann ich jetzt anfangen, zu kompliziert. V wie Valentino Montana. Ich habe, Herr Montana, es wäre jetzt sehr unangenehm, aber ich habe den Pin von meinem iPad vergessen. Oh, das kenne ich. Oh, scheiße, sie haben das Ding gesperrt. Das können sie nur über Apple freischalten. Ich müsste einmal ins Büro das iPad entsperren. Ich müsste in den Apple Store. Okay. Und dann könnte ich in die Akte gucken. Okay. Ich komme gleich wieder, ja? Der kommt nie wieder, das ist schon klar, oder? Ich glaube, der verarscht mich, Alter. Ja, natürlich verarscht er dich. Der schreibt viel ab. Hätte ich keinen Bock mehr. V wie Valentino Montana. Ah, was beobachtest du uns so? Warte mal. Du denn hier? Ah, schicke da. Wohin? Ah! Iden los. Oh, ei, 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 ei. Warte ich mal gerade, was ist denn mit dir? Ich habe mich versteckt. Vor wem? Du weißt vor wem. Den Namen, den man nicht aussprechen darf. Werner? Nee. Alterst du dich? Nee. Dann weiß ich es nicht. General. Wir haben, ich habe gute Neuigkeiten. Was denn? Das mit der, äh, die Stelle wird geklärt. Ja. Von wem wem heißen sie das? Ah, ich weiß es einfach. Ich will jetzt keinen Namen sagen. Wo kommt der hin? Weißt du das schon? Ja. Unten beim Schneider. Nee. Die BD. Wohin denn? Die BD. Was? Die BD, also das Gebäude. Wird, wird verlegt oben in die Wüste. Was steht da drin? Wer hat Bock mich anzufassen? Was ist das hier? Nee. Deine neue Dienststelle. Ach so. In die Wüste? Da gehört die auch in Sachen ehrlich. Ja. Ja, die Wüste. Da ist das neue BD. Weißt du warum? Da wird dann ein neues Märchen geschrieben. Ich hoffe aber unter der Erde. Nee. Über der Erde. Ohne, ohne Tür. Dann schon siehst du Sinn. Das BD in der Wüste. Und das ist dann die Geschichte von Aal, Libaba und die 40 Räume. Ausbildung machen, dann ich würde gerne den Kollegen, den ich. Ach, die 40 Räume sind deine Geschicke. Deine Leute. Ich muss aber noch 20 rauswerfen. Ja. Du weißt ja, Aal, guten Dinge sind drei. Und ich habe tatsächlich ein vorläufiges Geburtstagsgeschenk für dich. Für mich? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt ja hier den Slip Club, das Unicorn. Und da habe ich die eine Tänzerin, die konnte ich jetzt ein bisschen für dich organisieren, aufgrund einer Story. Jetzt sagen wir nicht, meine eigene Mutter tanzt für mich. Nee, nee, nee. So schlimm ist es nicht. Aber ich habe dir erzählt von... Ich arbeite für mich, oder? Ich habe dir eine Märchengeschichte erzählt und sie glaubt wirklich, dass das wahr ist. Und zwar Aal, Ladin und die Wunderlampe. Und wenn du die später, wenn du Feierabend hast, wenn du Feier machen willst, die reibt dir ordentlich am Stängel rum und da musst du aber ihre Wünsche erfüllen. Kann man an so eine Scheiße labern, sag mal ehrlich. Viele... Wie? Wie geht das? Wie geht das? Sag mal. Also ich sag mal so, Aal. So, die besten Leute hier in der Stadt haben von mir gelernt. Ja, Mars, Sentenza, alle hier und da. Alter, der hat das erklärt. Und ich blühe tatsächlich... Ich bin auch gerade schon wieder in meiner Blütezeit, weißt du? Ich blühe jetzt erst wieder so richtig auf, weil es sind solche schöne Veränderungen und Umschwünge in der Stadt. Beispielsweise. Hier, Oktatabys, die haben kein Abi mehr. Erst ist Schaf weg, dann ist Sosa weg, jetzt ist irgendwer anderes Abi. Dann hier Organisation von Toast hat sich auch gefühlt aufgelöst, Artisch auch weg. Ja, habe ich gehört. Aber kennst du schon das Neueste? Was denn? Die haben jetzt einen japanischen Abgeordnetenstatus, der heißt Botschaftsstatus. Die dürfen jetzt zehn Straftaten frei haben die jetzt. Zehn Straftaten frei? Ja, so einen Scheiß habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ja ein richtiger Scheiß. Ich weiß auch nicht, ob die so eine Karte bekommen haben und wir die abstempeln müssten. Ich weiß es nicht. Ja, abstempeln ist, glaube ich, richtig. Auf jeden Fall ist die Zukunft... Die Zukunft wird rosig. Ich weiß, also ich lasse mich sehr, sehr gerne davon überzeugen. Ja. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen, werden wir sehen. Aal eröffnet jetzt bald einen neuen Geschäftszweig und macht Sushi-Restaurants auf, wo es hauptsächlich Aal-Spezialitäten geben wird. Ich bin da drin auch dick beteiligt in dem Geschäft und er hat die ganze Bundeswehrsoldaten auch eingeladen. Oh, ich habe auch schon einen Slogan für meinen Laden. Ich habe auch schon einen Slogan. Soll ich ihm meinen Slogan sagen? Sagen Sie einen Slogan. Wie ist der Slogan? Für die allerbesten, frisch von der Kuppe. Sehr, sehr gut. Ich hätte auch noch einen Slogan. Ab so 29,99 am Freitag laden wir alle ein und dann nur von 15 bis 18 Uhr isst Aal you can eat. Herr Hort, wir wären dann soweit. Alles für euch. Auf geht das für Herr Hort. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. So, danke euch, danke euch, danke euch, Herr Hort, im Namen der ganzen Bundeswehr und der ganzen Polizei herzlichen Glückwunsch zum 45-Jährigen. Vielen, vielen Dank, danke, danke für die Glückwünsche, vielen, vielen Dank. Wie ihr sicherlich vielleicht die letzten Tage mitbekommen habt, war es so, dass unser Wunsch war, dass Bundeswehr und Polizei aus den Dienststellen zusammen getrennt sind. Unser Wunsch war es von der Bundeswehr oben in die Kaserne verlegt worden zu sein, beziehungsweise, dass wir da einfach andere Freiheiten haben und dass die Pol entweder hier bleibt alleine oder auch wenn sie den Wunsch hat, woanders hingeht. Wir haben gesagt, dass wenn bis Donnerstag das nicht erfüllt ist, dass wir streiken. Jetzt kann ich natürlich mit, schon mit Stolz, weil wir als Einheit da so aufgeschlagen sind, verkünden, dass die Bundeswehr oben in die Kaserne offiziell verlegt wird. Das wird eine neue Zeit für uns werden und ich bin gespannt, ob wir auch diese Zeit dann zusammen einmal meistern. Wenn ihr noch irgendwelche Anliegen habt, ich stehe immer für euch zum Gespräch bereit und danke für den Zusammenhalt, den wir bei der Justiz hatten. Siehst du generell Toast und Luper wieder bei der BW oder sagst du, das wird nichts? An sich gegen Toast spricht nichts, Luper kenne ich gar nicht so groß. Groß, ich weiß nur, dass er relativ viel Mist gebaut hat oder mir wurde immer relativ viel Mist zurückgemeldet, was er sehr viel teilweise dann halt eben vormittags gemacht hat, wo sonst keiner groß anders da war. Ja, sehr viele Sachen im Dienst geblieben, aber außerdienstliche Sachen unternommen, was ich dann mal mit der Yacht irgendwo hin tauchen gefahren, was weiß ich, gemacht. Als was sehen Sie denn, Herrn Toast, wenn er wieder zurück in die Bundeswehr kommt? Als Generalleutnant. Entschuldigung. Ich sehe Herrn Toast maximal als Generalleutnant und dann muss er sich beweisen für einen gewissen Zeitraum. Er kann nicht direkt May und Sentenza gleichgestellt sein, wenn er gefühlt die letzten zwei Monate nichts getan hat für die Bundeswehr. Gebe ich denen auch recht? Es wäre aus meiner Sicht, also mal abgesehen von mir, wäre das unfair May und Sentenza gegenüber. Ich bin aber auch so, dass ich sage, ich sehe schon eine gewisse Führungskraft in Herrn Toast und sehe auch die Vorteile darin, wenn er bei der Bundeswehr selber da ist. Weil er natürlich mit auch allein seinem ganzen Kapital, was er hat, auch mit den Autos, auch mit der ganzen Sache, könnte er... Er hat ein ganzes Lager voller Möbel, also er könnte da eine oder andere Dienststelle schon ausstatten. Das ist aber relativ egal. Es ist eigentlich in Planung, dass erstmal nichts weiteres an irgendwelchen Innenausbauten gemacht werden vom Bauunternehmen. Ja klar, aber generell für die Zukunft. Generell, wir sind jetzt mal langfristig für die nächsten... An sich hätte ich dabei auch ein paar Sachen anzusprechen. Bei dem Gespräch auch, was wir mit der Justiz geführt hatten, wo wir da auch unter acht Augen waren. Ich habe da nicht groß viel gesagt, alleine auch nicht, um am Ende irgendwen bloßzustellen oder Sonstiges. Manche Sachen, die sie da sich aus den Fingern gezogen haben, waren vielleicht nicht so ganz der Realität entsprechend. Was denn? Verschiedenste Dinge, zum Beispiel das mit dem Generalinspektor. Das hat er, Sintensa und sie entschieden. Ich habe dazu bisher noch... Also ich wurde da gar nicht gefragt. Das wurde einfach so entschieden. Genauso wie verschiedenste andere Dinge. Welche anderen Dinge? Ja, Luftwaffe und so weiter, dass das Ganze in Planung ist, weiß ich jetzt nicht, ne? Ich sehe schon eine Luftwaffe. Ja, würde ich auch theoretisch sehen, aber wir brauchen halt eben dann Kräfte, die das Ganze... Also die halt vernünftig fliegen können. Erst, also May, du guckst da erst, wie machst du jetzt die Luftwaffe? Wie kriegst du das organisiert? Was ist das für ein Bereich? Und dann gehst du es ja an. Du gehst es ja nicht an, erst an und dann besprichst du es. Und wir brauchen, also ich sehe das so, wir brauchen schon einen Bereich, gerade jetzt, wenn die Bundeswehrkaserne weiter entfernt ist, die andere Dienststelle und die Kaserne weiter entfernt ist, auch von der Stadt, dann brauchen wir da auch einfach durch die Türme bei der Kaserne auch einfach Leute, die sich der Luftwaffe widmen. Und dann fühlst du dich, fühlst du dich von mir, äh, fühlst du dich von mir, also Herrn Hort, unter Druck gesetzt, dass, wenn ich nicht da bin, du quasi nicht richtig weißt, was du jetzt machen darfst und was du nicht machen darfst? Äh, nee, das ist nicht das Problem. Nur ich, wie ich es auch gerade gesagt habe, ich bin ein Fan davon, wenn man sich unter der Leitung abspricht, was man, wenn es um größere Dinge geht, macht. Aber das machen wir doch gerade, ne? Ja, richtig, aber das Ganze sollte nicht, äh, alle zwei Monate einmal passieren, sondern halt eben, wenn, öfters. Ebenso finde ich es, äh, ich hab's mir auch zur Pflicht gemacht, falls irgendwelche Gespräche stattfinden, wo sie nicht da sind oder der Herr Sintenser nicht da ist, dass ich mir Protokolle zu den Gesprächen mach. Und dann gehe ich hin und leite die an euch weiter oder beziehungsweise stelle euch da vor, was dort passiert ist. Das Ganze, an einem Abend, da war ich einmal Außerdienst und, äh, Sintenser, so wie ich es auch allen anderen gesagt habe, es ist so, man kann mich per Telefon immer erreichen und dann bin ich auch da für die Bundeswehr. Das, äh, ist mit meinem Posten normal. Ich muss für die Bundeswehr da sein, egal in was für einer Situation. Und dann, am Ende des Tages, habe ich Sintenser gefragt, warum ich darüber nicht informiert wurde, dass ein Gespräch in der Justiz stattgefunden hat. Meinte er, oh, habe ich dich vergessen? Ich informiere dich später. Dann habe ich ihn an einem anderen Tag nochmal drauf angesprochen, weil er es vergessen hat und er hat mir nichts, nichts erzählt. Und dann ist er mit dir zusammen auf Streife gefahren und ich habe nichts darüber erfahren, bin dann hingegangen und habe mir die Information bei der Justiz geholt. Und das macht auch keinen guten Eindruck bei der Justiz, wenn ich da ankomme und da frage, yo, hier, was wurde bei dem Gespräch gesagt? Ich wurde nicht klar darüber informiert. Das kann ich verstehen. Also sagst du, Kommunikation muss besser werden? Auf jeden Fall. Okay, Jungs, es tut mir leid, dass ich euch unterbrechen muss. Wir haben einen Ausnahmezustand. Kali Kartell hat uns den Krieg angesagt und hat gesagt, dass er jeden von uns töten wird. Deswegen wird der erhöhte Alarmbereitschaft am besten aufmunitionieren. Wenn die sowas callen, dann wird das auch passieren. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020